Wir befinden uns weiterhin in Super Mario 74 und das Problem ist das nächste Level. Ja, das ist das größte Problem von allen. Und zwar Level 11, der Sonnenstrand, Geheimnis der Saphire. So. Ja, warum ist das Level so kacke? Ganz einfach, es gibt hier viel zu wenig Münzen und ich hab kein Bock auf den 100 Münzstern. An sich ist das Level eigentlich sehr schön. Man hat hier ein paar Goombas, die am Strand chillen und relaxen und sich einfach denken, ey, lass die Welt mal Welt sein und dann kommt Mario an und, ja gut, begeht Mord. Ist völlig normal, so läuft das halt in dieser komischen Welt. Aber wir haben hier auf dem Level, nee, in diesem Level einen ganz bestimmten Gegner, einen ganz bestimmten Gesellen, der, ja okay, du auch, unter anderem, der Chakka natürlich auch, der uns einen Stern gibt, wenn wir ihn töten. Jetzt hab ich das ganze Ding umgedreht, natürlich ist es jetzt nicht der Chakka. Nee, ich hoffe, ich geh jetzt gerade in die richtige Richtung, weil dieser Typ, den ich gerade meine, achso, es gibt ja noch mehrere kleine Typen von denen, der seine Kinder hier auspackt. Gut, holen wir uns erstmal den Stern, bevor ich hier noch vollkommen verrückt werde. Ist gar nicht mal so schwer, okay. An den ersten Stern ranzukommen ist gar nicht mal so schwer, Mario hängt mitten in der Luft, ne, vollkommen normal. Also, physikalisch möglich, ja gut, sobald man einen Stern hat, ist man halt, ja gut, einen Stern kann man auch physikalisch so gesehen eigentlich nicht einsammeln. Ja, okay. Also, Geheimnis des Erfüro. Jetzt will ich aber wirklich mal die Reihenfolge beibehalten, denn man hat gemerkt, ähm, sonst komme ich durcheinander, okay. Okay, es kann natürlich eine Schlussfolgerung daraus sein, aber, naja, das will ich jetzt nicht heraufbespüren. Von daher, gut, dieser Geselle, von dem ich gerade geredet habe, es ist erstmal so eine, so eine Fahndung, ne. Also, wir suchen jetzt irgendwie nach einem kriminellen Attentäter, der natürlich noch schwarz ist, ne. Das sieht man hier allein, wenn man seine Kinder anschaut. Der lässt die, das ist ja eigentlich auch schon ein richtig böses Ding, ne. Man lässt einfach seine Kinder rumstehen. So, dann hat er sich hier irgendwo in einem geheimen Bunker verschissen. Oder verschanzt. Und verkauft hier seine Drogen. Das ist natürlich auch nicht so toll. Deswegen werden wir ihn direkt mal in seine eigene Lava reinschmeißen. Ich meine, der hat sich das hier so schön eingerichtet, ne. Ich wette, hier wollte er noch ein Sofa hinstellen. Da ein Fernseher. Da ein Bett. Für seine Frau und ihn natürlich, ne. Also, ja. Gut, eigentlich ist er geschieden. Das muss man an der Stelle auch sagen. Ähm, klar. Ist bei dem Irren auch nicht, äh, zu verübeln. Ja, dann könnte ich mir hier noch ein Kinderzimmer vorstellen. Wenn er denn Kinder dabei hätte, äh, lässt er natürlich auf der Straße liegen. Alles Waisenkinder. Ähm, dann haben wir hier noch, ähm, ja. Keine Ahnung. Der ganze, der ganze Rest der Keller. Der Keller halt, ne. Wobei das eigentlich, ähm, ja gut. Gut, er konnte sich keine richtige Wohnung leisten. Deswegen hat er sich direkt einen Keller gemietet. Das ist eigentlich auch eine traurige Tatsache. Ja, es ist... Es ist schade. Es ist schade. Ach. Goldener Schimmer. Gut. Hatten wir hier nicht noch irgendwie einen Leuchtturm oder sonst wie was? Oder verwechsel ich da gerade was? Nö, okay. Ne, das war einfach nur diese Strandhütte. War hier nicht irgendwo... Dieser goldene Glanz. So hieß der doch, ne? Ne, goldener Schimmer. Was war das denn für ein Kack? Was ist hier? Ach, ne rote Münze. Ja, okay. Die ist auch ziemlich nett versteckt. So nett, dass mich erstmal der Bully vom Baum wirft. Der Bully vom Baum wirft. Ne, dann müssen wir, ähm, höchstwahrscheinlich... Ah, warte mal. Ich... Ah. Ne, gut. Ich versuche jetzt erstmal, wenn es denn wirklich der Stern ist, den goldenen Schimmer zu suchen. Denn es gibt hier im Level irgendwo ganz willkürlich, glaube ich... Ich glaube, dass es sehr willkürlich ist. Ähm, Checkpoints. Zum einen hier, glaube ich. Ja, einmal hier. Und die kann man jetzt einfach suchen gehen. Das finde ich jetzt zwar ein bisschen kacke. Hier unten noch. Es sind immer bestimmte Punkte, die man hier finden muss. Hier wahrscheinlich in seinem Tresen noch, ne? Ja. Dann vielleicht noch in der anderen Hütte drinnen. Vielleicht noch hier. Wobei hier eigentlich eher die blauen Münzen auftauchen. Und die sind natürlich auch so ein Problem in dem Level. Okay. Wie kommt man jetzt ran? Da drüben ist noch ein Schalter, aber den brauchen wir zurzeit nicht. Die... Badabadam, badabadam. Hier vielleicht noch? Oder war das der Staat? Ja, das war höchstwahrscheinlich der Staat. Der Staat. Die Regierung hier. Das war die Regierung. Die einfach mal... Da als Sandhaufen rumliegt. Aber... Hier vielleicht noch? Doch, hier. Hier, aber hier, oder? Ja, hier schon. Und dann bestimmt noch da unten in der Hütte. Und dann kann ich bestimmt noch mal hochlaufen. Weil da, wo ich gerade die vier gefunden habe... Nein? Auf der Hütte vielleicht drauf? Ey! Shigui! Komm mal her! Fliegui! Okay, auf der Hütte drauf. Okay. Sehr schön. Da kann ich mir... Da konnte ich mich ja noch so halbwegs dran erinnern. Das ist dann doch wenigstens... Gut. Ja, aber das habe ich wirklich so... Intuitiv gefunden. Intuitiv. Ja. Nachdem ich es schon weiß, wo es war. Na, klar. Hätte natürlich auch hier hinter sein können. Wobei ich glaube, man kann den einen Checkpoint sogar von hier aus erreichen, wenn man hinter das Haus geht. Das ist so praktisch... Man kann ja nicht... Man kann ja nicht festlegen, wie groß so ein Checkpoint sein soll. Das ist einfach nur so... Ja, packst du hin und dann... Ja. Dann guckst du mal, ob es passt oder nicht, ne? Da musst du auch nicht unbedingt hinterm Tresen für sein. So. Und mit dem 112. Stern gehen wir dann wieder aus dem Level, um es dann wieder zu betreten. Ach. Ne, aber das war die Schatzsuche. Es ist wunderschön. Gut, das Level an sich ist natürlich jetzt auch viel ruhiger. Und ich habe auch so das Gefühl, die Musik passt jetzt nicht unbedingt, weil... Ja gut, es ist ein Strandlevel. Aber... Ich fand einfach, das passt besser so zum... Zu diesem... Zu diesem... Zu diesem Pflanzenlevel. Mit den ganzen Pflanzen. Da finde ich es besser, dass man da die Musik eingesetzt hat, aber hier passt ja nicht wirklich. Kamera spackt hier an der Stelle rum. Aber das tut sie ja des Öfteren. So. Aber diesmal halt nur so ganz komisch. Selbst in der Mario-Perspektive. So. Auch mal ein ganz leicht... ...gefundener Stern, den man leicht finden kann. Zum einen, wenn man durch die Wände guckt. Und natürlich zum anderen, wenn man einfach mal die Augen offen hält. Und ein weiterer versteckter Stern, der... Ja, jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes ist, weil er versteckt ist, ne? Logisch. Er befindet sich unter den Brücken. Oder unter einer dieser Brücken. Oh nö, aber ich sehe hier die ganze Zeit diese Bullys. Und die Bullys nerven. Bullys sind nicht beliebt. Ne. So. Die Bullys sind natürlich sehr nervig. So. Hier ist auf jeden Fall ein Stern. Fehlt nur noch der rote Münzstern und der... ...hundert Münzstern, oder? Da habe ich jetzt nichts übersehen. Oder? War da nicht sogar noch ein Stern? Irgendwie in der Box, der... Ne, okay, das sind sechs. Gut. Da habe ich jetzt echt lange gebraucht, um zu... Um bis sechs zu zählen. So. Und bevor ich hier überhaupt irgendwas mache... Ich glaube, das ist der nervigste Punkt im ganzen Spiel. Das hat... Ich finde einfach, das hat wenig mit... ...mit Können zu tun. Einfach... Es ist einfach auch Trial and Error. Und das... Ich verstehe da nicht wirklich, was der Sinn dahinter sein soll. Wenn man sich hier anscheinend... Ja, man soll sich hier beeilen und ich... Ja, gut. So wie es aussieht, hat es doch ein bisschen mit Skill zu tun. Aber das ist auch wirklich so ein bisschen... In dem Level gibt es, glaube ich, genau hundert Münzen. Genau. Ja. Also wir müssen hier wirklich jeden... Jeder einzelne Coin mitnehmen. Und das ist halt... Oh... Das ist wirklich kacke, weil... Es gibt Bullys, die sind am Arsch der Welt und die musst du mal einfach mitschleppen. Und die sind dann noch so hirnlos. Also sobald... Ähm... Sobald diese Bullys außerhalb ihres Geburtsradios sind, ne? Du kriegst die da nicht weg. Also... Du kriegst die da nicht weg. Die... Die laufen hirnlos einfach wieder zurück an Ort und Stelle. Echt, ey. Das ist, äh... Nichts Schönes. Wenn du die einmal ins Wasser schmeißt, hast du sowieso ausgedient. Das ist dann... Das ist dann... Joa... Kann man ruhig mal als, ähm... Als Fail werten oder so. Es ist so stressig einfach nur, diese... Diese ganze... Sitt... Nein! Die Stampfattacke! Man muss alles perfekt machen. Das ist das Problem. Das ist einfach so ein Problem. Du... Da gibt's keine Gnade. Einfach gnadenlos. Das ist wirklich der einzigste Sterne, die wirklich... Wenn ich so darüber nachdenke... Wobei, gut. Es gibt später auch noch schwierigere Sterne. Aber da kann man doch wirklich von Schwierigkeit reden. Oder? Weiß ich nicht. Aber das ist einfach nur... Es ist einfach zu viel, glaub ich. Ich glaub, das Problem ist einfach nicht mal... Ähm... Dass es schwer ist. Denn... Ja gut, man muss sich beeilen. Dann ist es halt so. Oh, vielleicht ist die Lucky-to-Perspektive doch besser. Aber das Ding ist halt auch, ähm... Alter, was machst du? Du läufst durch Wasser? Du läufst... Du läufst einfach dahin? Okay. Das Wasser ist, äh... Man kann hier weiter rein, als ich dachte. Okay. Es ist interessant. Aber man sieht, es ist nervig. Das muss ich gerade wiederholen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt so lange machen soll, bis ich, äh... Bis ich irgendwie, äh... Keine Ahnung... Es ist ja schon... Es ist anstrengend. Ja, gut. Ich mein, ich laufe hier jedes Mal ins Level und dann sieht man doch, was passiert. Dass ich die letzte wieder mal nicht kriege, weil... Das Ding einfach nicht will. So ist vielleicht sogar noch besser. Vielleicht aber nur. Höchstwahrscheinlich ist es mein Untergang. Es ist mein Untergang! Yay! Boah, ich kann hier das ausprobieren. So ein blauer Schalter ist nur einmal... Nutzbar. Das ist traurig, aber wahr. Das haben die Entwickler so gewollt. Das haben nicht nur die Entwickler so gewollt. Das haben auch die... Konstrukteure dieses... Ominösen Schalters... Gewollt. Ja. Dass man eine Schalter nur einmal drückt. Steht in der Bedienungsanleitung. Da muss man eine extra Bedienungsanleitung für entwickeln. Wäre interessant. Ein Schalter, den man nur einmal drücken kann. Ja, wobei, dann kann man die Konstruktion auseinandernehmen und dann heißt es, ja gut, da kann ich den doch nochmal bedienen. Weil irgendwie muss er auch zusammengebaut sein. Das ist ja Ich hijack i ich ich... Äh, 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 ii... Äh ... Aber, äh, der war... Aber, äh, der war... Äh, äh, äh... Äh... Ne, aber... Was? Nein. 15, nicht 10. Ich war doch eindeutig in dem Dringe. Und da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach... Sowas verdirbt dann auch wieder die Laune. So ein Spiel soll Spaß machen, und wenn man dann an so einer Stelle ist... Es ist nervig. Ach, und ich glaube, jetzt weiß ich, wofür die Lava da ist. Für den Selbstmord, okay. Jetzt hinterblicke ich das endlich mal. Natürlich ist es auch das Logischste. Ja! 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 Sieg! So. Erstmal deftig gefreut. Jetzt darf mir nur keiner da... Nee, bin ich nicht für Wasser, Wasser, Wasser. Gib die Münze her, gib die Münze her. Danke, Herr. Äh, danke, Herr. Danke dem Herr. Für diese... Aber ich muss ja auch noch die Wasserläufer besiegen. Aua! Spring nicht nach, okay? Das Wasser ist kalt. Oh, es sind solche hirnlosen Spacken und ich brauche die Mare-Perspektive, die hier in dem Level anscheinend gar nichts bringt. Nein! Sammel die, sammel die, sammel die, sammel die, sammel die, sammel die, rubel die Katz, rubel die Katz. Äh, ich sehe nichts. Komm, 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 nimm sie. Oh! Oh! Ah, es ist echt wirklich... Es ist kacke. Also, die blauen Münzen muss man auf jeden Fall holen. Ah, ich hätte gerne gewusst, wie viele Münzen es hier gibt. Ich glaube, es gibt wirklich nur 100 Münzen. Da erzähle ich jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie Mist oder so. Weil es würde irgendwie seinen Grund haben, warum ich hier die Erinnerung noch daran habe, dass man alle blauen Münzen hier sammeln muss. Und jeden einzelnen Bulli bis an den Po der Welt schleppen muss. Das werde ich ja nicht auch so aus Spaß gedacht haben. So, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich den jetzt aufs Land treiben muss. Denn der wird natürlich versuchen, an seinen Ausgangspunkt zurückzukommen. Weil er dann durchs Meer geht, ne? Weil er dann das Wasser teilen würde. Ich meine, das ist ja auch kacke, wenn er nicht das Wasser teilt, um zu seinem Ausgangspunkt zu kommen. Er ist ja halt nicht Moses, aber das Ding ist, er ist ein Zombie. Er ist ein willenloser Zombie und wird alles tun, was er kann, um an sein Ziel zu kommen. Um die Seuche auszubreiten. So, mal schön gegen die Wand. So, da lang. Ja, und sonst so, wie ist das Wetter heute, sehr regnerisch. Ja, also, auch ziemlich kalt heute. Also, normalerweise ist es ja so, letzter Zeit, eigentlich sehr schönes Wetter, aber aktuell weiß man wirklich, ähm, sieht man einfach, wie, ja, wie unsonnig es doch ist. Bitte geh nicht da rein! Wenn du da reingehst, ich bring dich um! Na gut, dann ist er eigentlich tot, ne? Der Satz hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Wenn du in die Lava springst, bring dich dich um! Ja, aber, dass die Goombas sich hier auch wirklich rumtreiben müssen, die Münze hätte ich dann nicht gesehen, weil die Münze verschwinden einfach in der Lava. Was war das jetzt? Ach, ne, Rotor, okay. Nehme ich die erstmal mit. Ja, und die, äh, Bullies auf der Klippe, die werden wahrscheinlich nicht so schwierig sein, weil die einfach... Oh, das ist auch so ein Scheißteil, ey. Bitte, bitte, komm einfach hier hin, okay? Komm einfach da hin. Komm her, komm. Das Ding ist jetzt, ich muss den noch irgendwie umdrehen. Der wird jetzt so schräg über das Wasser laufen wollen. Texturfähler, okay. Oh, nein! Nein! Okay, er kann nicht runterfallen. Oh, gelobt sei der große Bulli am Himmel, ey. Boah, da ich wäre jetzt ausgerastet, wäre der einfach, äh, von sich aus darunter gefallen. Aber, das, äh, gut, die Kante ist einfach, äh, zum Glück eine Kante. Die Kante ist eine Kante, wäre das gedacht. Aber hier kann er runterlaufen, das ist Kacke. Hier könnte er durchaus, ähm, suizidgefährdet sein. Nein, 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 nein! Tu es nicht, deine Eltern, den ganz lieb. Ja, okay, die habe ich, ja, die habe ich auch gebracht, ne? So, 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 noch ein Stück. Eigentlich ja total in die falsche Richtung, aber ich muss den ja irgendwie, ja, zur Besinnung bringen. Ich muss ihn mit dem Glauben bekehren. Komm, noch ein Stück. Du weißt, wofür es ist. Es würde dann danach viel, viel besser gehen. Nach so einem kleinen Lavabad. Es öffnet dir die Poren, ich verspreche es dir. Es ist schön warm, es ist schön warm da drin. Nicht so kalt wie das Wasser hier. Oh, ey, das ist echt Kacke. Als würde man mit so einem kleinen Bulli, oder als ob man so, 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 so ein, ähm, als hätte man, als würde man Minigolf spielen und der Ball, der hat einfach mal Bein und bremst nach jedem Schlag ab. Versucht da noch irgendwie sich zu retten. Das ist doch, ähm, so, fast drinne, fast eingeloggt. So. Das ist schön. Dann haben wir hier noch ein, alle drei in der Luft, das ist, so will ich es sehen. So will ich es sehen, weil das ist wirklich am sichersten. Aber einen brauche ich hier noch, komm mal her. Du. Duda, duda, komm her Flage, duda, 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 duda. So. Da haben wir ja schon mal die Hälfte. Man sieht einfach, es hört auch nicht auf. Hier unten war auch noch eine rote. Flabadabadum, fladum, ladudadum. Komm, nimm sie, nimm sie. Nimm sie. Dann hoffe ich einfach mal, da ist noch eine, okay. Dass wir hier fast schon alle haben. So, das dürfte aber jetzt wirklich, ähm, alles gewesen sein. Wobei, ich will mir noch erstmal die Goombas da anschauen. Die haben, ja, die haben auch noch Geld. Aber es gibt natürlich auch noch auf der anderen Seite ein paar Bullis. Ha, das ist echt langweilig mit den Bullis, ey. Die so zehn Jahre zu schleppen. Das dauert viel zu lange. Stoppt so ein bisschen den Spielfluss. Oh, da ist natürlich nur einer, aber du bist ja hier direkt... Wow. Ah, wäre schön, äh, würde es stylisch aussehen, wenn er selbst von... mit eigener Kraft reinfallen würde. Oder einfach durch die Tatsache, dass er da runterkullert wie ein Ball. Wie ein Minigolf... Minigolfball. So, einmal hier ein bisschen was. Da haben wir auch noch viel Moos. So. Und selbst wenn es hier mehr Münzen als 100 gibt, äh, bin ich trotzdem mit glücklich, weil... Gut, da war zwar die ganze Bullischieberei umsonst, aber... Ähm, es wäre dann immerhin geschafft, ne. Also das ist wirklich das stressigste Level. Das unspaßigste meiner Meinung nach. Einfach hier wegen, ne. Es ist... Es dauert mir einfach zu lang. Es ist einfach so... Es ist auch voll nicht unmotivierend, wenn man... Ja, bitte in die richtige Richtung. Ja, danke. Stimmt so halbwegs. Ähm, der war eingeloggt, der war eingeloggt. Ja, es ist halt einfach unmotivierend, weil so ein Bulli, der gibt einfach nur eine einzelne Münze von 100. Zwar ein Prozent, kann man jetzt sagen. Oho, ja. Äh, es ist... Es ist schon sehr viel. Ein Prozent. Ja, brauchst du nur noch 99 weitere, dann... Dann hast du doch alle. Aber ich kann nicht von dieser Tatsache mit nur noch... Ich kann nicht über diese Tatsache mit nur noch sprechen. Ich hatte gestern Nasenbluten. Das möchte ich mal hier so an der Stelle sagen, weil ich gerade merke, ähm... Ich bin am Sprechen. Klar, Schallwellen, man hört sich auch selbst von innen. Und ich glaube, ich verpasse mir gerade... Durch mein eigenes Reden gleich ein Nasenbluten. Durch mein Reden, ja. Kann sein. Weil ich gestern anscheinend irgendwie Nasenbluten hatte und, äh... Jetzt tut das schon richtig durch diese Schwingungen weh, ne. Durch diese... Durch die Schwingungen. Durch den Schall tut das so ein bisschen... Ja, nicht weh, aber... Man merkt schon, gleich platzt da irgendwas auf. Hoffe ich. Hoffe ich nicht. Ja, gut. Wäre schön, wenn es nicht so wäre. Haben wir hier noch was? Bestimmt eine rote. Sogar noch fünf Münzen. Jetzt lassen wir mal kurz überlegen. Wir haben da drüben noch einen Bulli. Einen einzelnen... Armen... Hilflosen... Bulli. Achso, und da drüben in der Box wahrscheinlich noch was. Okay. Dann ist ja alles gut. Dann weiß ich ja jetzt, wo die letzten sieben Münzen sind. Oh, Fall nicht so tief. Ich komm nach. Au. Oh. Wahrscheinlich nicht das Glückste. Ich brauche auf jeden Fall mehr als die Hälfte an Leben, weil sonst sterbe ich an der Box gleich. An der gelben. Okay, einmal unter das Haus durch, ne. Unter das Haus durch. Das ist auch immer so... Das sind so typische Sätze, die ich bilde. Einfach mal zwei Präpositionen nennen. Das ist so typisch für mich. So. Unter. Durch. Okay. So, du bist ja auch fast bei deinen Freunden, ne. Kannst du ja mit deinen Freunden da Spaß haben. Einmal, ja. Oh ja, das öffnet die Poren. Und die Geldbeutel natürlich. Haha. Ich will nicht wissen, wo die die Geldbeutel haben. Bestimmt so... Haben die überhaupt Münder? Ich glaub, Bullis haben noch nicht mal Münder, ne. Die sind eigentlich richtig... Was sind das für Dinger? Das sind doch eigentlich Roboter. Ich mein, wie nehmen die ihre Nahrung auf? Oder sind das so halb Pflanzen? Können die irgendwie Photosynthese betreiben? Sind die... Ach, keine Ahnung. Ich frag's ja gar nicht erst. Wär besser. Dann haben wir nämlich hier noch ne Fünferkiste. Wams, wams, wams. Und am besten nicht in den Stern rein. Boah, ich würde... Ey, ich würde so ausrasten, hätte ich jetzt den Stern bekommen. Jetzt erst mal gucken. Die Box ist in einem sicheren Bereich. Gut. Los, Männer, siehört die Box. Umzingelt sie. Sie sind umstelz. Kommen sie mit erhobenen Händen raus. Ist niemand rausgekommen. Was passiert eigentlich, wenn wir... Okay. Was passiert denn, wenn jemand rauskommen würde? Das hört man ja immer wieder, ne? Kommen sie mit erhobenen Händen raus und... Ja. Letzten Endes... Letzten Endes... Letzten Endes muss da sowieso erstmal die Spezialeinheit reinkommen. Äh, es ist doch. Es ist doch. So, das habe ich immerhin geschafft. Das ist ja wundervoll. Ich bin begeistert, dass es so schnell geklappt hat. Also, ja, eigentlich ist es schon schnell. Verhältnismäßig ist es wirklich schnell gewesen mit dem blauen Münzschalter. Ich hätte das auch mit den Bullys nochmal verkacken können. Aber so lief ja jetzt alles glatt. Und, äh, wir könnten im nächsten Part, ja, die letzten paar Level anfangen. Oh, es sind nicht mehr viele Parts, ne? Bis wir das Spiel durch haben. Ja. Okay, das nächste Level befindet sich hier mittendrin im Tempel. Ja, wobei, ich glaube, wir sollten im nächsten Part wirklich mal mit dem Schild beginnen. Denn, äh... Ja, die Türen, die sehen nicht gesund aus. Werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen, ne? Tschüss und bye-bye.